Görlitz diente bereits für mehrere internationale Produktionen als Filmkulisse. Das trug der Kreisstadt den Spitznamen Görliwood ein. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Landtagswahl in Sachsen am 1. September. Oh, was warst du zu dieser Idee? Das war voll nice Nachrichten. Die Wahl hat im vergangenen Jahr bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Frauen, die... Biss, nix, 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 nix. Der Junge, guck dich nicht wieder an, man. Guck dich aber nicht wieder an. Meine Mutter ist vor 30 Minuten gestorben, der geht gerade zum Krankenwagen rufen. Der hat die Arme lag, der bei Heißblüten bei Küchen auf dem Boden. Der ruft den Krankenwagen bitte für meine Mutter. Ja, für seine Mutter. Die ist vor 30 Minuten gestorben, die liegt gerade auf dem... Ach, Digga, ist so langweilig, Mann. Ziegenficker, hallo. Klampe, Digga. Mach die Ahnung aus, Digga. Der Innenauto hat keine Blitze. Ach, Zeug, der Wasser. Eigentlich scheiße, die sind ja da jemals öffnen, Digga. Digga, guck mal, da ist, da spielt jemand, Digga. Kann nicht viel sagen, Mann. Hierfür sprechen insbesondere das Vorlebnis des Beschuldigten und seine öffentlich wiedergegebenen Meinungen und Ansichten. Wo ist die Hände? Hugo. Ja, das sehe ich laut hier. Ich würde dich auch mal sehen. Äh, Frau Schöße. Wie, wie, äh, wie ist deine Lage zu Basti-GaG? Ob du auf dem Ducking-TS früher warst. Jetzt will ich in 3D, da bist du nur, das ist ein bisschen komisch, bitte? Das erste mit den 3D-Skans. Okay, wer spielt? Leute, das ist eher trinkt. Alter, der riecht sich voll aus. Ich bitte mal. Suche viel Trunk, klar. Ich habe mehr trinken. Jetzt stirbt er. Kotzst du gerade, oder warum ist das kotzst du gerade? Skinner Hallo Hallo pamięt Geist Easy So Alles gut Geh alles Ja kio Servus, Hugo. Schmeckt's? Mhm. Schön abgestanden. Also schlucken muss... Okay, noch der Letter 1 gegen 1. Oh fuck, er kommt hier echt? Da muss ich aber mein Gaming schon wieder auspacken. Jetzt kommt die YouTuber-Power zum Forschern. Maria? Kann ich dich auch Maria nennen? Okay, nice. Bist du jung, ja? Nice, Hugo. Digga, Hugo, hör mal auf reinzuhalten. Mhm. Was ist das jetzt? Oh ja. Ja, viele gab's noch nicht laufend. Oh. Dann hilft nur, außer wir noch nicht. Digga, aus Messer, aus dem Erd. Ich esse mal nen Deckel. Kennst du das noch? Wer hat noch nen Skinner? Der nächste! 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 Ich hab so ne Smarty-Packung an den Deckeln! Weitere. Ah.. mayh... Okay, Application. Jetzt kommt zuمر! Hugo wird den Deckel frienden oder's? Na pass auf was du tust. ZAPPER LUTT ME REINS! Okay, 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 Hugo, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du dir sicher? Okay, okay, okay What the f- I'm just gonna dance with you Every time we turn the lights down Just wanna go that extra mile for you You got my display of affection Feels like no one else in the room We can get down like there's no one around We keep on walking We keep on walking Cameras are flashing While we're dirty dancing We keep watching Keep watching Feels like I'm probably saying Gimme, 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 gimme. Center of attention. Even when they're up against the wall. You get me in a crazy position Ich kann noch nicht mehr schaden Ich kann noch nicht mehr schaden Chill 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 Dein skinn ist auch noch mal geil Ja, mach ich. Ja, mach ich. Ey, der hat das mit Faro auch gemacht. Der hat das mit Faro auch gemacht. Der hat das mit Faro auch gemacht. Ist was? Okay. Ich hab die ganze Aufnahme auseinandergenommen. Jetzt setz ich mal hier in die Ecke hin. Stehen wir bitte auf. Du stehst, du stehst, du stehst. Hoop, hoop. Äh, was ist passiert? So, am Ende des Videos Ich möchte mich nochmal bedanken bei Ads by the way Karma für die geile Zeichnung. Das trifft auf jeden Fall mein Stil. Und an Snips.Kiva auch für die geile Zeichnung. Auf jeden Fall Dankeschön. Und jetzt, äh, wollte ich nochmal kurz was sagen. Und zwar bin ich, äh, hab ich erfahren, dass Faro das Ganze auch schonmal gemacht hat. Halt nicht in der Nacht. Aber ich wusste halt nicht. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich hab bei einem Stream gesagt, dass ich der Einzige bin, der das macht. Aber anscheinend das ist Faro schon vorher gemacht. Wusste ich nicht. Aber ich möchte mich da noch entschuldigen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Oder in den Streams. Weil ich, äh, stream hier täglich. Ja. Das ist das Video. Hau rein und show.